Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel NOMO HEROES 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part zum NOMO HEROES, ne? Jetzt gehen wir nach draußen, im Rider-Style. Da ist der Shining glücklich. Und hat wieder erstmal die besessenen Augen. Ja. Ich muss vielleicht mal für den Avatar die Mikroempfindlichkeit ein bisschen höher schalten. Bis nächstes Mal. Oh, ich hab Post. Necklinischen Würfel zum Erreichen von Platz 8 in der galaktischen Superhellen-Range. Ich dachte, ich bin Platz 9. Ich muss 25.000 Utopi-Coins zusammensammeln. Ja, wie ich die ausrüste, weiß ich ja schon. Alles-Imitator, find mich doch. Malöwchen, Mr. Assassine. Lass uns ein Spielchen spielen. Versuch mich zu finden, wer ich bin. Find mich doch und find's heraus. Oder vielleicht auch nicht. Ich bin nämlich der Alles-Imitator. Ich werde ewig auf dich warten. Ich bin im glorreichen Lande. Okay. Und das war jetzt nur eine Info über seine... ...Filmangewohnheiten. Warum war hier eine Deathman-Karte? Warte mal, ist das ein Bezirk, dieses... ...eine Land, was der da jetzt gesehen hat? Neo-Brasil. Call of Battle. Thunderdome. Perfekt-Word. Also nicht im geringsten eine Ahnung. Ich bin sowieso gespannt, ob man diese verbotenen Gebiete auch irgendwann noch freischaltet. Gelobten Land. Wo könnte er meinen? Muss sowieso jetzt erstmal hier einiges raussuchen. Ne? Da ist ein neues T-Shirt-Alien. Da ist eine Verteidigungsmission zum Abholen. Hallo, Otto. Ich bin stärker, du offenbar. Momentan habe ich, glaube ich, nicht wirklich einen Job. Ja, hier kann ich die Skorpione abgeben und dafür kriege ich dann Zeug. Ich habe echt viele abgegeben. Wow. Ich habe auch echt viele WSN dafür bekommen. Einmal kurz von dem weggehen. Dann wieder da hin. Der will halt nur die Skorpione und der gibt mir dann halt Belohnung dafür. Ich gehe einmal kurz in das Labor runter und verbrate die WSN. So, dann mal gucken, wofür will ich die denn überhaupt verbraten. Äh. Ein bisschen Energie. Mehr wäre eigentlich nicht schlecht. Aber ich hole mir lieber diesen Sturmangriff erstmal. Dann kann ich meinen Angriff nämlich auch aufladen. So, 600 habe ich noch. Die gehen in die Energie rein. Habe ich jetzt irgendwas Neues an Deathclaw-Chips, die ich jetzt machen kann? Einfach mal durchscrollen. Deiner Chip kann ich machen. Angeskraft wird dadurch gesenkt. Nee, muss nicht sein. Oh, Death-Force wird hier erhöht. Dafür müsste ich aber noch ein paar Mal den Goldshow umnieten. Ass-Chip kann ich machen. Wenn ich mehr Leben habe, dann... ...habe ich auch mehr Angriffskraft. Also ich finde es ja schon so schön, dass du hier so ein bisschen individuell sein kannst. Mit deinem Stil, wie du kämpfen willst. Hier hast du einfach trainiert und hattest mehr Power. Jetzt musst du Chips installieren und hoffen, dass du das Richtige machst. Warte mal. Was macht der 80er-Chip? Alimiert dich beim Naufen, wenn dein Stil nahe ist. Okay, sehr interessant. Und im Übrigen, hier kann ich euch das nochmal zeigen, ist der Black Hole beispielsweise. Da habe ich bitter und very sweet schon einmal gemacht. Ja, und man muss WSN zahlen, um sich die höheren freizuschalten und wenn man da kämpft, dann kriegt man halt Belohnungen. Und je nachdem, wie hoch der Schwierigkeitsgrad ist, kriegt man eine bessere Belohnung. Mir fällt übrigens ein, ich habe im letzten Kampf nicht ein einziges Sushi verwendet. Oh, ich habe mir jetzt erstmal überlegt, was wir machen, bevor ich hier losgefahren bin. Ich habe mir schon hier die Kreuzung da hinten markiert. Will die mal sehen. So, gehen wir nochmal zu Neo... Ah, ich kann noch nicht da hin. Zum Thunderdome können wir jetzt neu. Dann gehen wir da hin. Neues Gebiet. Bin schon gespannt, wie das aussieht. Warum bin ich jetzt auf einmal in der Wüste? Oh, ich sehe da was Schönes. Das ist ein vorhergesehener Kampf. Oh, da hinten, da ist meine Bestimmung. Das ist die einzig wahre Bestimmung. Ich muss da hin. Ich muss mein Schicksal erfüllen. Ich muss... Ich muss auf meinen Gerufen. Nein, Leute, ich bin kein Klöpner. Was ist denn los? Du musst frei werden. Sei frei. Ich habe meine Bestimmung erfüllt. Das heißt... Ja, ha, 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 ha. Woo! Das heißt, man bringt so wenig Geld, aber es ist einfach wert. Allein schon, dass ich dann hier speichern kann. Ah, hier ist ein T-Shirt-Alien. Und auch direkt eine Deathman-Karte. So, was hast du für einen Auftrag für mich? Ich weiß nicht, ob ich das schon geschafft habe. Natürlich Ausschau halten nach Scorpis. Es gibt auch noch andere Tiere offenbar auch auf der Karte. Soweit ich das gesehen habe. Beziehungsweise im Menü. Ah, da vorne ist auch ein vorhergesehener Kampf. Ey, komm, in dieser öden Landschaft, ne? Da muss ich die Skorpione doch eigentlich sofort sehen. Na komm, dann machen wir einen vorhergesehenen Kampf. Let's-a-go. Ah, die schon wieder. Ich muss ein perfektes Ausweichen schaffen. Aua, Aua, Aua. Ich kümmere mich erst um die, die sind nerviger. Komm mir. Ich sollte vielleicht auch mal auf mein Leben achten. Ich hab null auf mein Leben geachtet. Bin ich ganz ehrlich. Katze, Katze, Katze. Gott, Katze. Nein, nicht den. Den. Erstmal einen von denen loswerden. Wie weit kann ich das eigentlich aufladen? Erstmal muss ich den ausschalten, bevor ich's rausfinden kann. Aua. Und, tschüss. Aufladen. Ich hab keine Energie mehr. Na komm. Wie weit kann man's aufladen? Denk mal, das ist grad eben das Maximale. Du, fliegen bleiben. Ich hab jetzt genug rumprobiert. So, ich hab jetzt mal diesen Sport nochmal ausgenutzt. Komm her. Komm zu Papa. Ich hab nur gesehen, dass ich greifen kann. Lief doch super. Also, ich will sowieso das Gebiet hier auch einmal erkunden. Ich glaub, ich mach auch nochmal irgendwann so ne Bonusfolge, wo ich einmal nur die Karte absuche. Okay. Hm. Wo war ich jetzt noch nicht? Gucken, wo die Viecher alle hätten sitzen können. Hey, guckt euch das Gebiet doch mal an. Ich muss hier auch einmal erkunden. Allein schon, um zu gucken, wo sind jetzt diese Viecher. Frage ist, wann ich das mache. Eine Skorpione. Schade. Komm, dann hole ich mir ja erstmal den einen Kampf hier ab. Die Verteidigungsmissionen sind einfach nur zum Geldfarm. Die sind echt für nichts anderes. Das hier wird auf jeden Fall die Zone sein, die ich als allererstes untersuche. Das wird eine Mission im Händchen-Style? Oder wie jetzt? Ja, wir kämpfen im Händchen-Style. Ach du Kacke. Geilo. Also, ist der Black Hole nicht der einzige Riese? Ein Eiskratzer. Du hast... Du siehst so geil aus und hast so einen dämlichen Namen. Mann. Weißt du, du siehst so einen coolen Gegner und dann hat der so einen laschen Namen. Wow, du hast Eis gemacht. Okay, die Hände machen keinen Schaden. Feuerfrei. Ich würde mal sagen, die leuchtenden Punkte sind die Schwachpunkte. Nix da. Nur noch ein leuchten ist etwas. Das klappt schon, Leute. Das klappt richtig gut. So, jetzt habe ich alles kaputt gemacht. Ah, da ist ein neuer. Destroy. Destroy. Besiegt. Zack. Aber ein cooler Zwischengegner war das. Aber weißt du, du hast so einen coolen Gegner und dann gibst du ihm so einen dämlichen Namen. Das ist enttäuschend. Einen vorhergesehenen Kampf hätten wir noch. Komm, den machen wir heute noch. Was war nochmal die Nitro-Taste? Das war die Nitro-Taste. Auto, verlasse mich nicht. Ich muss hier eh noch auf Skorpion-Suche gehen. Ein neuer Gegner. Minoru. Die Gamacy's Elden, sie bestehen nur aus Zellplassen und sind physisch ziemlich empfindlich. Okay, sie können den elektrischen Angriff freisetzen. Ja, da einfach einmal auf und haue ich alle weg. So, Nummer eins. Wo ist der andere? War doch noch einer. So. Und der ist auch weg. Hallo? Was hast du erwartet? Lüsche. Äh, der hat mir ver-ekelhaft. Äh, Viva sprinten nochmal. So oder so, erstmal laden. Okay, die ekelhaften Dinger sind es. Mann! Dafür trete ich dich. Aua. Zack. Aua. So, dann kann ich laden. Ja, genau. Rubbel das Ding. Dushy! Junge, du kannst den Kampf nicht gegen mich gewinnen. Dich finnig, ich ultimativ. Tschüss. Easy going! Das war der dritte vorhergesehene Kampf, ne? Da müsste ich doch jetzt eigentlich gegen Sir Black Knight kämpfen können. Werde ich aber noch nicht tun, weil ich erstmal in der dazwischen Folge, ja, mit der dazwischen Folge, erstmal hier alles absuchen will. Nach den Viechern. Außerdem muss ich eh erstmal 25.000, glaube ich, verdienen. Ja, 25.000 habe ich aber eigentlich auch schon fast. Vor allem, so viel habe ich mit einmal, wenn ich diese Bosskämpfe mache. Ja, wir machen hier einfach beim nächsten Mal dann weiter. Neben mir scheint ja irgendwas mit Meaning zu sein. Also, dass ich was abbaue. Weil ich sehe da schon eine Spitzhacke. Ist hier auf dem Weg eigentlich irgendwo ein Skorpion? Nö. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.